Hallo, mein Name ist Herr Schmidt und ich bin an der Ernst-Reuter-Schule verantwortlich für die Organisation des Ganztagsangebotes. Wir sind als Ernst-Reuter-Schule eine Ganztagsschule im sogenannten Profil 2. Dies bedeutet, dass wir den Pflichtunterricht an fünf Tagen in der Woche durch ein vielfältiges Angebot ergänzen können. Damit ist sichergestellt, dass die Kinder von 7 bis 16.15 Uhr betreut sein können, freitags bis 15.30 Uhr und dies alles auf freiwilliger Basis. Speziell für alle neuen Fünftklässler bieten wir montags das sogenannte ERS-Programm an. Essen, Reden, Spielen. In einer gemeinsamen Mittagspause mit dem Klassenlehrer wird zunächst in der Klassengemeinschaft zu Mittag gegessen. In einer Klassenlehrerstunde können wichtige Dinge besprochen und organisiert werden. Anschließend besuchen die Schülerinnen und Schüler der Stufe 5 extra für sie konzipierte und exklusiv angebotene AGs aus den verschiedensten Bereichen, die sie interessengeleitet für jeweils ein halbes Jahr wählen können. Apropos AGs. Wenn nicht gerade durch Corona viele Dinge anders laufen, als wir es gewohnt sind, bieten wir im weiteren Verlauf der Woche insgesamt über 40 verschiedene Arbeitsgemeinschaften für alle Jahrgangsstufen an. Egal ob MINT, musisch-künstlerisch, digital oder sportlich, jeder findet ein spannendes Projekt für sich. Zum Beispiel in der Jugendforscht AG, die natürlich erfolgreich an Wettbewerben teilnimmt. Oder auch Schulhund Cooper, oder auch Schulhund Cooper, oder auch Schulhund Cooper, oder auch Schulhund Cooper. in der Sporthalle, oder bei der Ausbildung zum digitalen Helden. Auch unsere diversen Kooperationspartner sorgen für spannende und abwechslungsreiche Angebote. Neben den tollen AG-Angeboten bieten wir an der ERS außerdem die Möglichkeit, sich bei den Hausaufgaben oder der Vorbereitung von Arbeiten unterstützen zu lassen. In der freiwilligen Lernzeit haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich von Fachlehrern online über den Messenger beraten zu lassen oder einfach am Nachmittag vorbeizukommen und sich vor Ort mit den ausgebildeten Lehrern auszutauschen. Nachmittag auf den Schraubchen und Schraubchen und Schraubchen und Schraubchen. Untertitelung des ZDF, 2020